Jetzt haben wir den 2 Jagdpanzer von der Amerikaner, der 6er, der M18 Hellcat. Da ist dann also in Serie gegangen und war im Zweiten Weltkrieg das schnellste gepanzerte Fahrzeug seiner Art. 570 Trefferpunkte, 460 PS, 72 Stundenkilometer schnell. Warnepanzerung ist also extrem schwach, 13x13x13, also da kann man drauf schießen, wenn man die Luft ist gleich stark. Türmpanzerung 76N3044, also hinten stärker als zeitlich auf alle Fallen. Wobei beides halt schwächer als vorne sind. Also wenn dann Türm von vorne, eventuell zeitig kann, aber die anderen Teile waren sowieso. Also die muss man total verstecken. Standartgranate schadig zwischen 180 und 300 und Durchschlag zwischen 120 und 200. Und das bei 7,5 Schuss in der Minute. Sichtweide 370 und die Funkreichweide 750 Meter. Pakete sind es im gesamten 3. Standard ist der 75mm Gun M7L50 drin, also AT. 15,38, also 15,38 Schuss in der Minute. Durchschlag 101, 157,38. Und Schade 110, 110, 175. Beim zweiten Paket ändert sich dann der Motor. Und bei der 6,7mm AT Gun M1 A1 mit 17,40 Schuss in der Minute. Durchschlag 128, 177,38. Und der Schade 115, 110, 185. Ja, das ist ja die Turmpanzerung, also mit 25, 13, 13. Im zweiten Paket kriegt man dann 76,1,34, die englische Turmpanzerung. Das heißt, im Standard ist die Turmpanzerung auch extrem schwach. Es heißt also, erst ab zweiter Paket tut man wirklich Stere Turmpanzerung überhaupt. Das Geschütz ändert sich auf A2 mit 90,35 Schuss in der Minute. 128, 177, 138. Durchschlag und der Schade 115, 110, 185. Und dann im letzten Paket kriegt man dann die 90mm AT Gun M3 mit 7,50 Schuss in der Minute. Durchschlag 160, 243, 45. Schade 240, 240, 320. Also die 90mm sind immer die beste Geschütze bei der Amerikaner. Er hat auch wieder das, wie bei den Jackson, das MG hinten drauf. Das Turmverlängerung hinten. Und vorne hat er auch kein MG. Aber wieder so kleine Schlitz. Also im Prinzip ist er ziemlich, also grob gleich ist er nicht so. Aber vom Aufbau her so, leicht schrägen Turm, seitlich schräg und so weiter. Und hinten hat er allerdings ein flaches Heck. Also beim Jackson ist hinten die Schräge nach oben. Also lebt es unten aus und oben verjüngt. Während bei dem das Heck doch ziemlich gerad. Also ich meine, vielleicht eine ganz, ganz leichte Schräge drin ist. Aber im Großen Ganze ziemlich gerad ist. Ja, er hat eine Doppelradaufhängung und er hat eine Einzelradaufhängung. Das sieht dann für sich so im ersten Moment aus wie ein Laufwerk mit der deutschen Karten. Und ja, also Schwachstelle ist die Wanne im Allgemeinen. Die ist ziemlich schwach gepanzert. Also wenn, dann schließe ich dann auch unter die Wanne. Und nicht auf den Turm. Das ist stärker auf alle Fall. Schwachstelle so direkt jetzt zusätzlich. Der Unterbau ist auch nicht rund unten an der Wanne. Solange er ist eckig, auch geschrägt. Da sieht man jetzt nichts, wo man draufhalten kann. Irgendwie ein Seeschlitz. Also diese kleine da, die trifft man ja normal nicht. Und oben drauf hat er ja auch keinen Aufbau mit Lugern und so weiter. Also er ist so offen. Also er ist in vorne halt auf die Wanne halter. Die einzige Möglichkeit, wo man einigermaßen dünnere Panzerung hat. Obwohl die ja auch ziemlich geschrägt ist da. Und da ist das noch ein bisschen verstärkt. Aber die Wanne ich halt noch besser, als der Turm zu schießen. Und als Fahrer sowieso. Also wie gesagt immer die Wanne schütze. Dass die nicht offen dasteht. In einem Stau oder so eine Spur. Also ja, ausgerichtet hier wieder alles drin. Also ein paar Löcher. Kleine erste Hilfe-Kaste. Und einen kleinen Ersatzteil gekügt. Tarnitz, Schärfen, Rohr und den Weg zur Kiste. Ja, so ein 13er Panzerung. Das ist ein 6er Panzer. Der Wahnsinn. Naja. Das hört an, dass ich nur die AD zur Panzerung zu verdienen. Ich habe meine Südküchte gekriegt als Standort geküscht. Unserak. Okay. Ich habe Armen zurück. Ich habe dich nicht meditation. Hmm. Ich konnte es leiden. Ich konnte es nicht mehr. dieser Absatz. Ich konnte es nicht mehr. 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 Und ich konnte es nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr. Ich konnte es allein ohne dass. Kümmer sind die oberen mit der Sechser. Fünf Sechser jeweils. Fünfer und dann ist doch jeder drei Vierer dabei insamt Team. Adi ist keine dabei. Die haben anscheinend auch schon nicht viel verdreht, aber gestern bei den Gefechten waren auch selten Adi ist dabei. Also es war schon dabei, äh Quatsch, es war schon viel dabei, aber wie später das war ich, man kann ein wenig ab noch sehen. Okay, auf der Seite fahre ich nach rechts rüber. Ich decke die recht lang. Für uns ein Wasser. Ich hab mir jetzt gerade eine Nasskratze gemacht. Unschuld. Okay. Okay, da reicht es sich noch nicht drauf getroffen, ich kriege da schon ein bisschen, ach doch, da unten ist auch noch, ja. Da steht noch ein bisschen unterhalb von der Stadt und unteren Teilen. Stadt. Und Dorf. Ja, ist weg. Da fährt er auch gute Qualität der Katarant 2. Zwischenzeitlich ist seine stabile Panzerung nicht mehr so stabil, wie sie früher war. Mit dem Tvc hab ich also immer viele Matches gemacht, dann wenn ich Silber gebraucht hab. Aber die sind beide, Ike. Negativ, zwischenzeitlich. Geht Gegner. Ich bringe mir so die Leistung, dass es fair war. Ich bringe mir vor. Ich schaff schon, ich treue, ich treue, ich treue, ich treue, ich treue. Ich fahr heute nicht gern vor mit dem, weil, also, Helipad, weil man einfach zu schnell weg ist, wenn man einen Treffer kriegt. Kommt hier hin zur Kunst durch. Ich komme jetzt. er hat mich mit dem soweit verfolgt auch viel weiter hier drüber rum Scheiße, ich bin gepasst hier jetzt weg, oder? Gott ist unsichbarbarer für ihn erstellen Chat-Receiver Machen wir erstmal krass bei allen Tricks Ah, der ging voll durch Ihre Panzerung Geht mein Fahrzeug ausgeschaltet Unser netter Träger hält, weil unsere rechtzeitig schon ziemlich vorne Wirkungstreffer Hallo, war ich nicht echt mal zu heiß Was ist denn jetzt? Hat sich die Automatik versparen Wenn es nicht mehr geht, soll ich sie trennen Wenn man sie braucht, geht sie raus Vielleicht ist der Churchill 3 Können wir mal da rüber oder da rüber Der andere wird gleich bei ihr Ja Und dann hier Fahrer verwundet! Wir können nicht mehr so schnell fahren Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet Okay Der Sieg ist unser Jetzt war mal Fahrt ohne Wenn und Aber Das war Können wir bis jetzt Und schon How to Effektiv Effektiv die Kanad verwendet und hat 50 Mal geschossen und nichts gott getroffen